Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Del. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber... Was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit Ihnen sein. Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Gleb. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Ich bringe Sie nach Vardos. Das ist die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich, warum. Satelliten sind justiert, Sir. Excellent. So. Das gefällt mir, das Spiel. Ich habe Sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel? Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat. Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort. Nein. 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 Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorath Lab. Sie ist Ihr einziges Ziel. Verstanden? Aber ich weiß ja nicht... Das ist alles. Ich fühle mich dem Imperium nicht mehr so verbunden. Das ist alles. Das ist alles. Mann. Dann erschieß ihn doch einfach. Kontaktieren Sie Agent Husk auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich. Oh, Mann. Das Spiel ist funny, also ich verstehe den Kritik nicht. Ich höre nochmal das Multiplayer, oder das Multiplayer-Spielerlebnis aus. Wir können mal schauen, aber... Also die Kampagne ist auf jeden Fall schon mal nice. Die Grafik ist geil, die Story ist geil. Nein, nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Das Problem ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaten verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind... ...entlieb. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. Ich denke auch. Ich denke, wir sollten rüberlaufen. Dann geht's lang. Da geht's wohl kaum lang, dann geht's wischen hier lang. Ich will doch nur zurück zu meinen Kindern. Dieser Sturm ist zu früh. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir können nichts machen. Dumm, dumm, dumm. Spezialeinheit. Durchlassen. Ja, bitte durchlassen. Danke. Oh mein Gott, ich kann nicht laufen. Sind wir wirklich wegen einer Person hier? Die Zivilisten könnten sterben. Außerdem gefährden wir auch unsere Truppler. Sie evakuieren nur auf uns. Ihre Furchtlosigkeit bei diesen Sturm zeigen wahr. Oh, was bist du denn für ein Verräter, Alter? Gleb leitet die Schule für künftige imperiale Anführer hier. Sie bildet loyale, fähige Truppler aus. Wie ein. Wie mich. Und jetzt fordert sie ein Gefallen ein. Das Volk von Vardos ist dem Imperium treu. Warum sollten wir es leidend zurücklassen? Das ist alles für das große Ganze, Kommando. Mir gefällt das alles nicht. Vardos war unsere Heimat, Fas. Das Imperium ist unsere Heimat. Mit Operation Asch beweisen wir, dass wir seiner Zukunft würdig sind. Sie klingen wie mein Vater. Das liegt daran. Wurde aber auch Zeit. Ein Pressio. Wer bereistigen Sie? Ich weiß, ich bin wichtig, aber die eigene Tochter gefährden. Ziel erreicht. Bewegung gleich. Jetzt gibt sie mir auch noch Befehle. Wunderbar. Woah, 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 Zeit! Ja, aber zu mir. Die anderen bleiben hier, sie sind unwichtig. Los! Commander. Wir haben ein Schiff in Landebucht 2. Dort sind sie in Sicherheit. Gehen sie los! Los! Woah, 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 was soll das? Nein, nein, nein! Stopp! Das ist nicht unsere Mission! Schnauze. Waffe runter! Schon okay, wir bringen sie weg. Los! Nein! 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 Guck mal! Ich bin ihr Commander! Waffe runter! Echt? Hör auf mich, du Hund. Aiden, unsere Befehle sind klar. Wir sollen Protektorat-Gleb hier rausholen, allein! Die Zeiten ändern sich. Sehen Sie sich doch um? Erkennen Sie das Imperium eigentlich überhaupt noch wieder? Del, bitte du das nicht. Tu es nicht! Das Imperium muss Zivilisten vor sowas wie Operation Asche schützen. Ja. Das ist das neue Imperium. Wenn das das neue Imperium ist, dann will ich nichts davon wissen.